Hallo und herzlich willkommen zu einem besonderen Video an einem mindestens genauso besonderen Sonntag. Denn das Project Somoid Community Projekt, das was wir doch schon des längeren Planen, findet statt. Und ja, das schon in Kürze. Von daher möchte ich euch heute ein paar Infos mitgeben. Einfach damit ihr wisst, wann geht's genau los? Brauche ich im Vorfeld irgendwelche Mods oder ist eine Teilnahme im Discord erforderlich? All die Sachen spreche ich jetzt dann gleich an, bevor ich das mache. Erstmal aber noch das Wichtigste. Nämlich ein riesengroßes Dankeschön an euch, an alle, die da im Vorfeld mitgewirkt haben. Sei es beim Thema Mods raussuchen, damit ist auch die eingehende Frage schon beantwortet. Ja, wir spielen definitiv mit Mods. Oder aber auch beim Thema Servereinstellungen und bei den ganzen anderen Diskussionen, die wir da im Vorfeld geführt haben. Wie wir das Ganze angehen, was wir machen. Von daher echt ein riesengroßes Dankeschön. Ich kann es nicht oft genug sagen. Denn alleine hätte ich das definitiv nicht auf die Beine gestellt. Und um aber das Video nicht länger als nötig zu machen, würde ich sagen, steige ich auch direkt bei den Details ein, was so der Grundgedanke hinter dem Ganzen ist. Viele von euch wissen es ja bereits, für alle, die es nicht wissen, in Kurzform. Der Plan ist, mitten in der Pampa eine Stadt zu errichten. Von Grund auf. Das heißt, wir brauchen Nahrung, wir brauchen Wasser, wir brauchen Baumaterialien, Waffen, Patronen, sämtliches Zeug. Und ja, wollen dann gemeinsam ums Überleben kämpfen. Dementsprechend schärfer oder härter sind auch die Spieleinstellungen gewählt. Einfach, dass ein einzelnes Überleben schwieriger wird. Denn es ist wirklich der Plan, dass wir gemeinsam als Community überleben auf dem Server. PvP ist dementsprechend auch aus. Das heißt, unsere Feinde sind wirklich nur die Zombies, die wir bezwingen müssen. Und das wird auch schon schwierig genug, weil ich habe die dementsprechend härter eingestellt, dass das Ganze auch wirklich fordern wird. Das Ganze soll aber auch gar nicht jetzt irgendwie nächstes Wochenende schon vorbei sein. Damit habe ich mich jetzt eigentlich eh schon selbst verraten. Denn nächstes Wochenende geht es los am Samstag um 20 Uhr. Da gibt es dann auch einen entsprechenden Livestream zu sehen. Genauso wie am Sonntag nächste Woche. Die beiden Termine könnt ihr euch schon mal vormerken. Eine Info hierzu kommt aber dann auch noch. Und ja, letztendlich will ich das Ganze aber länger gestalten. Das heißt, mit dem nächsten Wochenende ist das Ganze noch nicht vom Tisch. Ganz im Gegenteil. Ich habe einen Server gemietet. 20 Slots. Drei Monate. Und ja, dementsprechend versuchen wir auch so lange wie es geht zu überleben, würde ich sagen, auf diesem Server. Und ich werde dementsprechend auch öfters Project Summit streamen. Aber nächstes Wochenende gibt es schon mal die geballte Ladung davon. Ab 20 Uhr, wie gesagt, auf Twitch. Thema Mods. Ja, wir spielen definitiv mit Mods. Die Infos hierzu findet ihr im Discord. Das ist letztendlich auch, ich sage mal in gewisser Weise, Pflicht, dass ihr auf dem Discord mit dabei seid. Wieso das Ganze? Ich veröffentliche auf dem Discord-Server ein Passwort, das letztendlich zum Spielbeitritt dann benötigt wird. Einfach, damit nicht jeder drauf joinen kann. Ich denke, das sollte verständlich sein. Und ja, dann können wir da gemeinsam nächste Woche loslegen auf dem Server. Das Passwort kommt dann kurz bevor der eigentliche offizielle Start um 20 Uhr ist. Damit ihr da auch euch alle schon mal langsam aber sicher einfinden könnt. Und wenn ihr ein Headset haben solltet, keine Sorge, ist nicht Pflicht, dann seid ihr herzlich eingeladen. Denn wir haben auf dem Discord-Server auch ein paar Sprach-Channel. Ja, ich will das Ganze nämlich eigentlich so aufziehen, dass es ein paar Gruppen gibt. Sprich, einen Versorgungstrupp. Einen Trupp, der sich um den Bau der Basis kümmert. Die anderen kümmern sich um das Ranschaffen vom Zeug. Dann braucht man natürlich auch noch Leute, die die Basis verteidigen im Falle eines Angriffs. Also, hier wird wirklich jede Hälfte in der Hand gebraucht. Und ja, dementsprechend würde ich mich auch freuen, wenn das großes Interesse bei euch weckt. Und wenn ihr da auch mit dabei sein wollt. 20 Slots auf dem Server, wie gesagt, gibt es. Ein Teil davon ist schon belegt mit den Leuten, die sich letztendlich im Vorfeld schon an dem ganzen Organisatorischen beteiligt haben. Und wenn ihr da ein langfristiges Interesse daran habt, dann seid ihr recht herzlich eingeladen, da mitzumachen. Denn der Server läuft letztendlich auch, wenn ich nicht drauf spielen sollte. Das ist wirklich ein Community-Server von euch und für euch gedacht, damit ihr da gemeinsam drauf überleben könnt. Und da muss nicht ich immer zwangsweise mit dabei sein, wenn ihr spielen wollt. Das mal an der Stelle. Ja, ich denke, ich habe alles zusammengefasst. Hoffe ich zumindest. Mir fällt auch so jetzt nichts mehr ein, was wir nicht angesprochen hätten. Start, wie gesagt, nächste Woche, 20 Uhr. Gibt es auch einen Livestream dazu zu sehen. Mods gibt es. Da ist auch die Beschreibung davon, welche Mods wir verwenden für unser Projekt im Discord hinterlegt. Findet ihr dann relativ schnell, denke ich. Und ja, Thema Discord, wie gesagt, ist Pflicht. Denn da gibt es dann das Passwort kurz vor dem Start. In diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag. Und ja, bin mal gespannt, was ihr zu dem Ganzen sagt. Und hoffe natürlich, dass ihr mit dabei seid. Entweder im Stream oder letztendlich dann direkt beim Spielen. In dem Sinne, macht's gut und kommt gut durch die Woche. Servus.